Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder und ihr habt ja ganz viele Sachen geschrieben in der letzten Woche, also seit Ende Ramadan. Und die häufigsten Fragen waren einmal zum Besuch von Merkel in Jordanien und das andere, die Meldung der westlichen Medien, sagen wir mal Fokusbild und so weiter und so fort, wo es hieß, die böse Assad-Armee startet ein neues Massaker an der Zivilbevölkerung in Dara. Ja, das ist erst mal wieder völliger Blödsinn, zumal alleine dieses Narrativ Assad-Armee. Redet in Deutschland überhaupt irgendjemand von der Bundeswehr vielleicht auch von der Merkel-Armee? Merkel-Armee unterstützt französische Bombardements in Mali, Merkel-Armee unterstützt Saudi- und US-Bombardements in Jemen oder Merkel-Armee unterstützt die Bombardements in Syrien? Nein, sagt auch keiner, also das ist völliger Schwachsinn. Und wenn man dann immer noch wieder hört oder dazu liest, kommt dann der böse Alawid unterdrückt die Sunniten, das ist völliger Schwachsinn. In der syrisch-arabischen Armee, also ergo Assad-Armee, sind über 78% aller Soldaten Sunniten. Und der andere Teil davon sind Christen, Drusen und andere Religionsgruppen. Ebenso im Parlament, da sitzen 183 sunnitische Abgeordnete, also die hohe Mehrheit. Genauso in der Regierungspartei, der Bad-Partei, sind 83% aller Mitglieder der Bad-Partei, sind Sunniten. Auch die Frau von Bashar al-Assad ist Sunniten. Also dieses Argument, der böse Alawid unterdrückte Sunniten, ist völlig an den Haaren herbeigezogen und völlig schwachsinnig. Also es stimmt hinten und vorne nicht. Ja gut, aber bleiben wir einmal bei der Befreiung von Dara. Also es geht jetzt um die letzten Gebiete in Südsyrien. Das sind die Provinzen, wie gesagt, Dara, Svaida und Kunai-Dram. Die syrische Regierung hatte den radikal-islamistischen Terror- und Söldnerbanden, die den Süden seit 2012 besetzt gehalten haben, ein Ultimatum gestellt. Zu Beginn des Ramadan. Inklusive der drei Tage zu Eid Mubarak, also das Zuckerfest, und haben sie, ja, ihnen ein Ultimatum gestellt, dass sie aufgeben, ihre Waffen abgeben oder sich zurückziehen unter freiem Geleit. Dieses Ultimatum haben die Terroristen verstreichen lassen und Ende des Ramadan, jetzt, letzte Woche, also am Montag, ist die Operationsbefreiung von Südsyrien gestartet. Das heißt, bis jetzt wurden im Südosten über 2700 Quadratkilometer bereits befreit und im Südwesten Richtung Jolan sind wir jetzt bei ungefähr 950 Quadratkilometer. Also, die syrische Armee macht unten mit ihren Verbündeten super große, gute Fortschritte. Unterstützt werden sie natürlich von der Hezbollah, der libanesischen Hezbollah, der palästinensischen Liwakut und nein, nicht von der iranischen Revolutionsgarde, wie es ja vermeldet wurde. Syrische Regierung, russische Regierung, der Iran haben es abgestritten und auch der Mossad von Israel hat gesagt, nein, das ist eine Falschmeldung, es sind keine iranischen Streitkräfte und schon gar keine iranischen Revolutionsgarden hier. Iran hat militärisches Equipment zur Verfügung gestellt und militärische Berater, nicht mehr. Und es gab zu Start der Offensive gab es drei Luftschläge, zwei von den USA, einen von Israel, einmal an der irakisch-syrischen Grenze im Osten und einmal bei Zweida. Insgesamt sind bei diesen drei Luftschlägen gegen die syrische Armee und gegen irakische Stellung insgesamt 48 syrische und irakische Soldaten getötet worden. Also, das ist natürlich ein Rückschlag. Aber, es ist ja auch der Flugzeugträger der USA, USS Truman, ins östliche Mittelmeer wieder zurückgekehrt. Auch der hält sich ruhig, Israel hält sich jetzt ruhig. Also, es ist jetzt in den letzten Tagen, gab es keine Gegenschläge mehr und die syrische Armee kann in Ruhe befreien. Es kam von der US-Botschaft in Amman ein Schreiben an die Militanten, sogenannten moderaten Rebellen, dass sie nicht mit amerikanischer Unterstützung rechnen können. Also, ich habe es auch gepostet auf meinem Profil, auf das Original mit Übersetzung in Arabisch und in Englisch. Das nächste ist dann ja, ja, die sind jetzt ziemlich auf sich alleine gestellt und deswegen gehen wohl auch die, ja, die Fortschritte der syrischen arabischen Armee relativ schnell voran. Gestartet wurde die Offensive zur Befreiung am Montag, in dem Helikopter über die Provinzen geflogen sind und zehntausende Flugblätter abgeworfen haben, auf denen nochmal die Terroristen aufgefordert wurden, aufzugeben, Waffen herzulegen, sich zurückzuziehen. Und zum anderen Hinweise für die Zivilbevölkerung, welche Gebiete sicher sind und welche Fluchtkorridore sie benutzen sollen, um in ein sicheres Gebiet zu kommen. Im Südosten liegt noch die letzte Militärbasis der USA, Atanf, ich habe schon öfter darüber berichtet. Die ist jetzt momentan bis auf 50 Kilometer, die US-Basis hatte das als rote Linie ausgerufen, bis auf 50 Kilometer vom Westen, Norden und Osten von der syrischen arabischen Armee eingekesselt. Rückzugsweg wäre jetzt nur noch alleinig nach Jordanien. In dem selben Gebiet von Atanf gibt es, ich habe es auch schon öfter berichtet, hier bekannt als Horrorcamp Ruban. Das ist ein wildes Flüchtlingscamp. Die zivilisten, also die syrischen Zivilistenflüchtlinge sind dort damals hingeflogen, auf dem Weg nach Jordanien. Aber Jordanien hat damals bei dem Erreichen von 300.000 Flüchtlingen die Grenze dicht gemacht. Seitdem existiert dieses wilde Flüchtlingscamp. Die Flüchtlinge haben sich da in der Nähe der US-Basis-Atanf niedergelassen, weil sie dachten, dort würden sie Hilfe bekommen von den Amerikanern. Aber nichts, sie sind dort sich selbst überlassen. Keine Hilfsorganisation ist da, die Amerikaner helfen nicht. Und zudem sind sie noch den tagtäglichen Übergriffen der radikal-estimistischen Terroristen dort ausgesetzt. In den letzten zwei Monaten haben fast 1.000 Flüchtlinge es geschafft, von dort aus dem Gebiet zu fliehen, nach Richtung Damaskus. Ich hatte darüber auch schon berichtet. Ja, wie gesagt, die Befreiung im Süden läuft sehr gut. Alle halten die Füße still. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, sage ich jetzt mal. Aber wo wir jetzt gerade bei Jordanien sind, mache ich gleich einmal den Schlenker rüber nach Jordanien und komme zu Frau Merkels Besuch beim Abdullah-Regime. Drei Tage vor Merkels Besuch war auch King Bibi bei King Abdullah und hat ihm seine Unterstützung zugesagt. Denn man muss dazu wissen, in Jordanien toben seit Monaten Massenproteste, Massendemonstrationen. Und das Abdullah-Regime, also von King Abdullah, geht massiv militärisch mit Polizeigewalt gegen die Demonstranten vor. Sie knüppeln sie nieder mit Tränengas, mit Wasserwerfern, selbst Blitzgranaten. Also es wird alles aufgefahren, um die Proteste niederzudrücken. Der Grund war, dass das Abdullah-Regime mal vor Jahren einen Milliardenkredit beim IWF aufgenommen hat, somit also seine jordanische Zentralbank verpfändet hat, an das IWF, sozusagen an die Federal Reserve und somit an die Rothschilds. Okay, ist eine längere andere Geschichte. Aber sie haben eben halt ja die Kontrolle über die Zentralbank und sie wollen jetzt ihr Geld sehen. Und Jordanien hat dann eben halt daraufhin die Steuern erhöht, um bis zu 30 Prozent. Und deshalb sind die Menschen auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert und wollen ihren König loswerden. Jetzt mittlerweile wurde der Finanzminister entlassen und die Steuern teilweise zurückgenommen. Netanjahu war natürlich da gewesen, wie gesagt, drei Tage vor Merkel, hat ihm Unterstützung zugesagt, auch mit Kohle natürlich. Und wo wir schon beim Thema Kohle sind, ja, von Merkel, ich habe es ja auch schon mehrmals gepostet, hat 100 Millionen Dollar mitgebracht im Gepäck. Sie sagt, um das Land zu stabilisieren, also stabilisieren heißt, das Abdullah-Regime an der Macht halten, nicht mehr, nicht weniger. Genauso hat sie dann hervorgehoben, ach, das ist auch für die Flüchtlinge, für die hervorragende Flüchtlingshilfe, die Jordanien leistet, für eine Million Flüchtlinge. Nein, wie ich schon eben gerade sagte, Jordanien hat nur 300.000 jüdische Flüchtlinge aufgenommen und danach die Grenzen dicht gemacht. Und nicht Jordanien betreibt die Flüchtlingslager in Jordanien, also nicht das Abdullah-Regime, sondern es ist das World Food Program und das UNHCR, die betreiben diese Flüchtlingslager und nicht das Abdullah-Regime. Also was haben die Flüchtlingsorganisationen davon, wenn Frau Merkel dem Abdullah-Regime 100 Millionen in den Arsch steckt? Das ist ja auch noch nicht mal alles. Ich habe es mir extra noch mal rausgeschrieben. Seit 2015 gibt es ja in Deutschland, oder 2014, seit in Deutschland verschärfte Bestimmungen für Rüstungsgüter-Exporte. Gerade in Länder, in arabischen Ländern. Da gibt es aber einige Menge Ausnahmen. Nämlich Ausnahmen dafür, für diese Rüstungsexporte, sind Tunesien, Mali, Nigeria, Irak, Niger und Jordanien. Jordanien, und jetzt haltet euch mal fest, also für diese Länder ist im gesamten Bundeshaushalt ein jährliches Budget von 130 Millionen Euro vorgesehen für Rüstung. Also die bezahlt ihr mit euren Steuern, damit Deutschland diese Länder aufrüstet. Also wir schenken ihnen praktisch Rüstungsgüter in diesem Wert. Jordanien bekommt davon alleine pro Jahr 32 Millionen an Rüstungsgütern. Und seit diesem Jahr sind es 34 Millionen. Aber das ist auch noch nicht alles. Also ich meine, wir schenken denen einfach das Geld, um aufzurüsten. Oder wir schenken es ihnen in Form von Rüstungsgütern, damit sie aufrüsten können. Also Deutschland rüstet die arabischen Staaten hier unten massiv auf. Und jetzt komme ich mal dazu, seit 2015 hat Jordanien von Deutschland 50 Schützenpanzer Marder bekommen, 70 LKWs, 56 Busse, Überwachungstechnik und Spionagetechnik. Ich habe das alles mal zusammengerechnet. Alle Einzelposten, die seit 2015 nach Jordanien von Deutschland geflossen sind, for cost free, also von deutschen Steuergeldern, insgesamt... Achso, ich habe noch den größten Posten vergessen. Natürlich, Anfang des Jahres wurden die letzten Leopard 2 Panzer an Jordanien geliefert. Insgesamt 12 Stück. Das Stückpreis für 1,2 Millionen. Also insgesamt 122,5 Millionen. Und alle anderen Posten, seit 2015 zusammen, machen einen Wert von 418,5 Millionen Euro aus, die Deutschland an Jordanien aufgerüstet hat. Ich meine, das ist doch toll, das von Merkel das so macht, oder? Und ja, und alles for cost free. Obwohl wir Rüstungsgüterbeschränkungen haben. Und Jordanien ausgenommen wird. Warum, wieso, dafür gibt es keine Erklärung. Weil der Bundessicherheitsrat tagt geheim. Und diese Informationen dürfen normalerweise nicht raus. Aber sie wurden rausgegeben und alles kommt raus. Ich habe sie gefunden und ich danke hier auch nochmal an der Stelle Volli Conny. Du weißt, wen ich meine. Sie unterstützt mich immer sehr für ihre Recherchearbeiten. Also dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach, ja, um nochmal zu diesem Thema Flüchtlinge zu kommen. Frau Merkel sagte, ja, ach, das ist ja für die aufopferungsvolle Hilfe der Jordanien für die Flüchtlingshilfe. Aber, wie gesagt, die Flüchtlingshilfelager werden dort betrieben in Jordanien vom World Food Programme und von UNHCR. Wenn Frau Merkel diesen Flüchtlingen wirklich helfen wollen würde, dann hätte sie eine Entscheidung aus 2016 rückgängig gemacht. Nämlich auf ihrem Betreiben hin von 2016 mit ihrem damaligen Busefreund Hollande haben sie 2016 mal eben den Flüchtlingshilfesatz, der ans WHO gezahlt wurde, der dann das Geld an die Hilfsorganisationen verteilt, mehr als halbiert. Bis 2016 hat die internationale Staatengemeinschaft 26,50 Euro pro Flüchtling pro Monat gezahlt. Das war schon schwierig. Nach diesem kleinen Zusammentreffen wurde das halbiert auf 11,60 Euro pro Flüchtling pro Monat. Wer kann von 11,60 Euro im Monat leben? Ein ganz menschliches Leben, sage ich mal, mit Essen, Trinken, medizinischer Versorgung in diesen Flüchtlingslagern. Da haben damals schon das WHO gesagt, das ist unmöglich. Und das war auch einer der Gründe gewesen, weshalb sich damals tausende von Flüchtlingen auf den Marsch gemacht haben aus diesen Flüchtlingslagern, weil sie dort eben halt nicht mehr ordentlich versorgt werden konnten. Ja, und warum haben sie es gemacht? Sechs Monate später nämlich fand der sogenannte Syriengipfel statt. Ich weiß nicht mal, ob es Brüssel oder Straßburg war. Dort haben auch auf Initiative von Frau Merkel den großen Flüchtling-Syriengipfel, wo dann beschlossen wurde, ein großes Hilfspaket für Syrien im Wert von 12,3 Milliarden, welches sie geschnürt haben für Syrien und was bis 2018 an Syrien ausgezahlt werden sollte. Also, merkt ihr was? Sie haben vorher das Geld für humanitäre Zwecke, für die Betreuung der Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern hier in den arabischen Ländern, Türkei, Jordanien, Libanon, mehr als die Hälfte gekürzt. Und dieses eingesparte Geld haben sie dann, sechs Monate später, groß in der Presse gefeiert. Wir haben ein 12,3 Milliarden Hilfspaket für Syrien geschnürt, was wir bis 2018 auszahlen wollen. Ja, aber wisst ihr, wohin das Geld gegangen ist? 12,3 Milliarden von dieser internationalen Staatengemeinschaft? Danke, Frau Merkel. Dieses Geld wurde nicht an die legitim gewählte offizielle syrische Regierung ausgezahlt. Nein, es ging an die Opposition, an die sogenannten moderaten Rebellen. Ich meine, merkt ihr was? Die haben humanitäre Gelder, die für humanitäre Zwecke gewesen sind, einfach gestrichen und haben sie, linke Tasche, rechte Tasche, mal eben der Opposition gegeben, den moderaten Rebellen. Und was haben die gemacht? Haben die Schulen gebaut, Krankenhäuser gebaut oder irgendwas? Nein, sie haben damit Krieg geführt. Und dann ist nochmal das Geld geflossen. Geld für humanitäre Zwecke, für Kriegszwecke, zweckentfremdet. Und keiner hat es gemerkt. Alle haben gesagt, ja, ach, wie schön, ein Hilfspaket. Dieses Hilfspaket ist aber nie bei den Menschen hier angekommen. Und das ist doch ein Unding. Diese Frau gehört hinter Gittern. Sie macht Taschenspielertricks und verkauft es den Menschen, wie es immer so schön heißt, die Politiker pissen auf uns und haben noch nicht einmal es nötig, es uns als Regen zu verkaufen. Und das ist, sage ich mal, eine der größten Frechheiten, die es überhaupt gibt. Und die verarschen uns von vorne bis hinten. Also humanitäre Gelder für Kriegszwecke zu nehmen und damit sich dann auch noch zu brüsten, Fluchtursachen bekämpfen, sage ich nur. Ja, okay, ich reg mich schon wieder auf, aber einmal kurz weiter nochmal zurück nach Jordanien. Als ein Tag, nachdem Merkel wieder abgedampft ist nach Deutschland, was ist passiert? Also King Abdullah hat natürlich jetzt Spritgeld bekommen und hat die deutschen Rüstungsgüter, sagen wir mal die Marder, die Leopard 2-Panzer, alle an die jordanisch-syrische Grenze verlegt. Ein ganz, ganz tolles Ding, was Frau Merkel da wieder abgezogen hat. Okay, also ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt und ich bin jetzt zu lang geworden, das Video, tut mir leid. Also überlege ich mal selber. Und ja, wir hoffen jetzt mal, dass es hier im Süden gut weiter vorangeht. Und die USA scheinen ja jetzt die Füße stillzuhalten, auch alleine schon die Botschaft aus der US-Botschaft, aus Amman, dass sie sagen, die Terroristen oder die militanten Gruppierungen können nicht mit unserer Unterstützung rechnen. Ist ein gutes Zeichen und wenn es so weitergeht, ja, dann kann es im Süden ganz schnell zum Frieden kommen. Also in dem Sinne, euch friedliche Grüße, euer Marco. Bis dann. Ciao.